Daniela Katzenberger, 36, hat abgeliefert. Vor einem Monat hat die Kultblondine ihren ersten eigenen Song So bin ich und So bleibe ich veröffentlicht. Kurze Zeit später flatterte direkt eine Einladung zu Florian Silbereisens, 41. Schlagershow ins Haus der Katze. Auf ihren ersten großen Bühnenauftritt ist Dani im Nachhinein richtig stolz. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt. Danielas Auftritt hat auch sie überzeugt. An der Promiflash-Umfrage nahmen 543 Personen teil. 341 davon sind der Meinung, dass sich die Beauty bei ihrer Performance richtig gut geschlagen hat. Damit sind ganze 62,8% der Fans von ihrer Leistung überzeugt. 202 Leser stimmten hingegen dafür, dass Daniela mit ihrem Auftritt nicht glänzen konnte. Das sind insgesamt 37,2%. Die Blondine war vor ihrem großen Live-Auftritt total nervös gewesen. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaffe. Ich habe das Gefühl, dass ich wie ein Unfall wirke, sodass sich die Leute denken, was macht die denn jetzt, hatte sich die Katze an das Gespräch mit ihrem Produzenten vor der Probe zurückerinnert. Das ist vollkommen mit der Aufnahme. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ist. Ich habe das Gefühl, dass ihr von der光i in der Lage ist. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch das nicht schadet oder ihr werdet und ihr werdet hat. Vielen Dank.